Hallo, mein Name ist Andreas Rindt. Ich möchte an diesem Blechteil gern mal demonstrieren, wie man zum Beispiel über ein Analyse-KI die Schnittlänge für einen Laser berechnen kann. Wir starten damit, dass wir dieses Teil zunächst einmal abwickeln. Das habe ich schon mal vorbereitet. Und ich habe auch schon bereits einen Querschnitt erzeugt, der mitten in dem Blechteil liegt. Nun gehe ich her, erzeuge mir eine Kurve mit der Option Querschnitt nutzen. Verwende meinen Querschnitt A, der mitten durch das Blechteil geht, und erhalte eine Kurve, die komplett um das Blechteil außen und innen drum herum läuft. Solange diese Kurve noch aktiv ist, kann ich direkt über Analyse, Messen, Länge, die Länge meiner Innen- und Außenkontur ermitteln und habe so zum Beispiel die komplette Schnittlänge meines Teils und kann somit zum Beispiel auch die Laufzeitlänge des Lasers berechnen.